Kapitel 3 Fischmaul I'm getting as far away from this dump as possible. See yous. Yeah, thanks. So, here we are, kitty. Fischmaul Is this foul, rotting sea life odor in any way mouth-watering to you? Please, it's sickening and I'd literally rather be anywhere else right now, but we've got a job to do. Let's find Finmans before we revisit my lunch and dinner. Haken, Schnur und Stinker angekommen in Fischmaul Und damit hallo und herzlich willkommen zu Gebus Ja, wir haben es endlich geschafft. Wir sind im, ich sag mal, Fischdorf. Fischmauf, glaube ich, hieß es. Und Fischmaul, da steht es auch Bürgerwehr. Ein Mädchen und ihr Hund. Ich wollte gerade sagen, wenn ich jetzt hier auf den Hund gehe, dann kommt da Gebäude oder was? Tür mit violetten Licht. Tür mit grünem Licht. Das wird ja schon... Okay, reden wir erstmal mit ihm hier. Das mal anschauen. It's a thugish looking big guy smoking a horribly stinky cigarette. Na gut, Zigaretten stinken alle, ne? Hello there, sir. Buzz, off. Actually, funny thing about that. I mean it, out of towner. Okay. Katze, zerkratz ihn. I don't think we can take him, Buzz. Ja, du schon. Na gut, guck mal erstmal hier. A couple of Fischmythians. Looks like they're guarding that archway there. Hey, folks. Mind if I squeeze through? We don't mind or nothing stranger. We just strongly discourage it. Strongly discourage it? Okay, I can respect that. So, can you let me through anyway? We ain't stopping you. We just strongly discourage it. Well, it's easy, really. Each one of you just has to take one step, no, half a step in the opposite direction and we're all happy. We ain't stopping you stranger. But we ain't moving either. Versuch's doch einfach mal. Bob Olmstein, genau. Bob Olmstein. Bob Olmstein. That ain't got nothing to do with anything. Bob Olmstein. Allow me to introduce myself. My name's Buzz Kerwin and I'm a tourist here in this beautiful seaside town of yours. Martha. Martha Webfoot. Liz, here's my husband Silas. We's the Fischmutz-Sedges Brigade. Proud volunteers. Just watching over things and making sure the festival's gonna go smooth. That's our job now. And Fist, we. The festival? It ain't got nothing to do with you or your kind. Yeah. That's why we strongly discouraging you from entering Fischmutz. But I'm a participant. Really? Judging by your accent, I would have said Eastern Orthodox. Oh, I mean, I'm part of the festival. Then you're either a pilgrim or you're one of them entertainers. Pilgrim, you ain't because you ain't got the garb and you sure don't smell like one. So that'll make you an entertainer. Let's see that entertainer license. Sie waren noch nicht fertig, genau. Ähm. Look behind you. A three-legged Toad. Yeah, well, that must be Skippy. Little Bartholomew liverworts pet. Cute little fella, bouncing all over the place. Use that third leg as a kickstand. Seen it with my own eyes. Oh, brother. Ich wusste, ich hätte den dreiköpfigen Affen nehmen sollen, nicht die dreiäugige Kröte. Ähm. It wasn't ready. They said just going without it. Who said that? The, um, the, 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 the committee. No license, no entry. Heh, real artists don't need licenses. Well then, real artists ain't getting any deeper inside Fishmouth. Is there anything I can do to convince you to let me through? Boy, you've really given up on trying anything creative like, ain't you? We ain't letting you in without a license. Nah, Silas. Don't be talking nonsense. We ain't stopping anyone here. Oh, uh, that's right, Martha. Oh, he's just... Strongly discouraging. Gotcha. I'll be back. We'll be here. Ja. Oh, die haben jetzt geöffnet. Was ist denn das für einer? Beruhigende Bilder, T-Shirts, Multitool. Ähm, dass meine Stimme übrigens gerade immer noch so ein bisschen quietschig, kratzig ist, tut mir leid, aber es wird einfach nicht besser mit meinem Hals. Ich hoffe, man kann mich aber trotzdem gut verstehen. Okay, wir haben hier sehr viel. Fangen wir mal unten an. Fangen wir mal unten an. Und all I got was out of there real fast. They all say fishmouth, ew. It's a Multitool-looking thing. They've always intimidated me. A cornucopia of... You should not be using words you don't know the meaning of. Hmm, a lot of creepy paintings, mostly fishing-related. Okay, die anderen kann ich jetzt nicht einzeln machen. Schnapsflasche, so, so. It's a bottle of really fancy liquor. Mm-hmm. It's the clerk in charge of this tourist infopoint. Okay. Thank you. Hello. Good evening, sir, and welcome to our infopoint. My name's William LQPW Watersworth, and I'm an official representative of the Fishmouth Tourist Board. What can I do for you today, sir? Nice evening we're having, huh? Nice is not a notion commonly associated with fishmouth. While evening, per se, with its undeniable charm and pleasant temperature, would qualify as nice, we are in fishmouth. Therefore, I submit that it's a horrendous evening. Okay. I'm here to visit Fishmouth for a while. If I may say so, sir. That is a horrible idea. Yeah, I thought I'd... What? Did you just say horrible idea? Why, of course. Fishmouth is a run-down, rotting, almost abandoned mockery of a town. Nothing to visit, the people are anything but hospitable, and we're really not accepting of strangers during this particular time of year. I thought you represented the Fishmouth Tourist Board. I do. You're a tourist, correct? Am I not informing you, sir? I do not see how this is confusing. Um... Ich werde rein Tische machen. Ich bin einer der Entertainer. Ja, mal probieren. Mr. Watersworth, I will come clean. I am one of the entertainers. What is this you speak of, sir? I don't understand. The festival, Mr. Watersworth? Is this where I pick up my official entertainer license? You are very, very, very early, Mr... Yes, sir. I wanted to get a feel of the place before my performance. It's a habit of mine. Don't worry. I've arranged for my stay in advance. Very well, sir. What type of entertainment should I look under? I have this talking cat. All right, let me see here. Mr. Tornstone and his horrible singing beast, is it? Sure is. Oh, no, it isn't. Well, what do you know? Well, it does speak. Oh, do make it sing, Mr. Tornstone. It's time to stop being so modest, kid, eh? The public wants you. Besides, I think Mr. Watersworth needs to be convinced of your singing abilities, lest he just give some impostors our license. Quite right, Mr. Tornstone. We will talk about this, Mr. Tornstone. What would you do with a fish, Matt Sailor? What would you do with a fish, Matt Sailor? What would you do with a fish, Matt Sailor? I'm lying in the morning. That was something indeed. Memorable, huh? To say the least, sir. Here's your license, Mr. Tornstone. Enjoy your stay and... I know, I know. Keep out of everybody's business. Have a great evening, Mr. Watersworth. Doubtful. Goodbye. Wie geil war das denn jetzt gerade? Okay, die Lizenz haben wir. Aber wir sprechen nochmal eben mit dem Mädchen hier. It's a kid and her dog staring down at the water. Ich hoffe, dass der Hund jetzt nicht die Katze jagt gleich. Hey, kid. Ist das eine Anspielung auf Edgar Allan Poe? Weil ich hab nämlich gesehen, bei meiner Aufnahme vom... Ich glaube, es war in der ersten Folge. Oder in der zweiten. Wo wir in der brennenden Bibliothek wieder drin waren. Ich hab mir diese Aufnahme ja nochmal angeguckt, als ich die geschnitten hab und so. Und da ist mir was ganz Extremes aufgefallen. Und zwar auf der rechten Seite bei den Büchern. Da waren nämlich einige Bücher mit Anspielungen, wenn ich das richtig verstanden hab. Ich hab zweimal die Tentakeln auf dem Buchrücken gesehen. Also einmal in grün, einmal in lila von Manic Menzien. Beziehungsweise Day of the Tentakel. Und da war sogar ein Buch von Edgar Allan Poe. Ob das auch eine Anspielung ist? Ich bin mir nicht sicher. Ähm, also was machst du so genau? Naja, die kommen bald. Ah, wir brauchen der Fienmilch. Hey Annie, think you could spare some of that Dolphinmilch? Mmm, I would. But I might need to share it with Tad a bit later. See, he's really hungry. And my cousin's running really, really late. Oh, poor Tad. Poor Tad. So, he likes Milch, huh? Not really. He prefers a sandwich. But he'll have to settle for milk, cause it's all I've got. Got it. Sandwich? Oder sollte das Sandwich werden? Das verwirrt mich ein bisschen. Ähm, gut. Also, wenn wir Delfinmilch brauchen, müssen wir nach hier gehen. Ist, äh, everything okay with Tad? What do you mean? Well, his eyes are, äh... White apart? Yeah. He just sees more that way. He sometimes misses things coming straight at him, but I keep an eye out for them. Hmm, that's nice of you. Sieht so ein bisschen aus wie ein Mops, ne? Von den Augen her. See ya, Annie. Later, Buzz. Also, wir hatten damals einen, ähm, ja, nicht direkt in der Familie, aber die, die Ex von dem Bruder hatte einen Mops und, äh, die war mega süß, aber die sah halt eben auch so aus, ne? Green Light shining through this particular door window. Hello? Go away. Oh, but you see, I'm just interested in local culture, and... Go away. Okay. Okay. There is an intense purple light shining through the window in this door. Hello? Go away. But maybe I have a very important message to deliver. Go away. Weil sowas frage ich mich ja immer, ob das eventuell im Original die, äh, Stimmen von den Entwicklern gewesen sind. Übrigens nur so als Fun-Fact, ähm, ich habe jetzt gehört, dass dieses Spiel von drei rumänischen Entwicklern erstellt worden ist. Also das ist schon eine Leistung. Es ist wirklich eins der absoluten Minimum. Es gibt natürlich auch welche, die von einem einzigen Entwickler, also Spiele jetzt entwickelt worden sind. Find where it's at. Gut, also geben wir denen jetzt erstmal die Lizenz. Ich glaube, hier habe ich... Ach so, Moment. Kann ich die austauschen? Kids really shouldn't be touching this garbage. Ja, aber als Austausch... Ach, wir machen erstmal die Lizenz, komm. Mr. und Mrs. Webfoot, here's my Entertainer's License. Huh. I'll be darned. Horrible singing pet, huh? Hey, didn't you say your name was Kirby or something? Uh, Tornston is my stage name. We just might be attending your show, Mr. Tornston. Welcome to Fish Month. Keep to yourself. And don't do no nosing around if you don't have to. Gotcha, Silas. See you folks around. Ja, perfect. There it is. That's Fenman's over there. I don't know, man. It's been all fun and games so far, but this place is giving me the serious creeps. Can't argue with that. Fenman's house. Da wollen wir, glaube ich, hin, ne? Gucken wir erstmal hier. A Fish Monthian citizen really intent on reading that newspaper. Glide down through the dark green water. Yeah? It's a Fish Month citizen enjoying his sandwich. Good evening, good sir. Evening, stranger. The name's Buzz. Buzz Kerwin. Nope, that's wrong, I'm afraid. The name's Milton. Milton the mechanic. No, I mean my name's Buzz. I didn't know they named kids Buzz anymore. I thought that was considered cruel and unusual. Ja, ja, diese Anspielungen. Ähm. Der Mechanik. Ach du schon, ja. Der Mechanik? Is that your surname? Yes, sir. Maybe you heard of us, if you're from Ryle Miskatonic. We're a distant offshoot of the Kingsport Diplomers. They hate our guts. Sorry to hear that. Nothing to be sorry about. We hates their guts, too. Just straight up gut-hating back and forth. Always been the way in our clan. It's nice to have traditions. Sure is. Hm. Ich vermute, dass wir später auch das Sandwich brauchen. Dass wir vielleicht so ein Essen halt brauchen, ne? Die Delfinmilch und das Sandwich oder sowas. Is this your truck you're sitting next to? Sure was. It's dead now. Bleeding oil all over the road like them zebras, you know, on National Zoo TV. Them poor, poor, striped horses. Uh... Used to watch them shows a lot as a kid. Always got to me. How them critters was meetin' their end. I mean, lions gotta eat, but us humans? Man, we can do better than that. I made me a choice back then. You became a vegetarian? Hell nah. In Fishmouth? You crazy? We put fish in everything here. Nah. I swore off zebra meat forever. Never felt better. Never felt the need for it. But yeah, the truck's mine. Okay, die Antwort bekommen wir immerhin am Ende auch nochmal. Ähm... So are you doing anything about the truck? Nothing. Sitting here, hopeless, despairing, eating my tasty fish sandwich? Bon appetit. Nah, it's just tuna. Was können Sie mir... Achso, werden Sie jetzt zweites Sandwich essen? Ja, wie gesagt, ich hab so das Gefühl, dass wir uns irgendwie so ein Essen zusammen sammeln müssen. Are you gonna eat your second sandwich? Now that's a very personal question, Mr. Curlin. What of it? I, uh, would like to have it? You would, wouldn't you? Well, I'll tell you what, I'll trade you for it. What do you have in mind? I have a craving. A craving for something scrumptious. A human heart, perhaps? Yours? Huh? I'm awfully sorry, I don't know what came over me when playing these dark sci-fi adventure games. They've been messing with me, true as I'm sitting here and telling you. Murder simulators, awful stuff. Indeed. Where was I? Oh yeah, get me something refreshing and you got the sandwich. Na, dann bin ich ja froh, dass wir aktuell nur die Tatorte reinigen und nicht die Leute umbringen, sonst werden wir vielleicht auch noch verrückt. Ähm, diese Dose von Dr. Fischer wird Ihnen gefallen. Moment, Dose? Hatten wir nicht einen Keks? I think you'll like this can of Dr. Fischer. Why, I sure will. Dr. Fischers, Trademark, my favorite. This gonna go down real good once I'm done with my sandwich. Made with the finest, most odorous fishmuth water. Mm-mm. A deal's a deal, Mr. Kremlin. Here's your sandwich. Enjoy. Yes. Das ging jetzt einfach, als ich dachte. Ach so, die Dose. Danke, Milton. Enjoy your other sandwich. Okay, jetzt ist natürlich die Frage, soll man das sandwich eventuell dem Hund geben oder brauchen wir das noch für was anderes? Ähm, jo, fragen wir noch. Was kannst du mir über Fischmuth erzählen? Well, ich weiß nicht, wie du es in gemacht hast, aber je schneller die nicht-locale Hunde ist raus, desto besser. Wir Fischmuth-Folk lieben nicht die Töne. Es gibt keine Töne. Und die Ordnung. The Order? Nevermind, I'm just talking crazy. Been playing too many them blasted video games, you know. Make you dumb, they do. Yeah, that's what I hear. Aber lustig, wie der auf einmal zum Bauchredner wird. Catch you later, Milton. You probably will. My truck's dead. Also, was ich mir vorstellen könnte, entweder brauchen wir das Sandwich vielleicht, um die Zeitung zu bekommen, weil das extra heißt Burger mit Zeitung, oder wir brauchen die für was anderes. Da links, achso, so kommen wir wieder zurück, okay. Rechtsrum können wir, glaube ich, gar nicht, ne? It has reached its final destination. It's not taken me anywhere. She looks really, um, not happy. Hi there. You staying at the Finmans tonight? I, I might be. Good luck. Lachen stelle ich mir tatsächlich in der Synchronen Stimme immer am schwierigsten vor. Hier können wir nicht weitergehen, so wie es aussieht. Na gut, dann gehen wir jetzt mal rein. Oh Gott, ein Pilger, Kaffeekanne, Komplimentary Kaffee. Black as midnight on a moonless night. How thoughtful of Mr. Finman. Ja. Nothing to pour it in. Ach, deswegen wahrscheinlich die Sache mit der Delfinmilch, oder? Ich müsste Kaffee da rein machen. Kann das sein? Seems like it's always ten o'clock in this hotel. Oder wir finden noch was, man weiß es ja nicht. Irgendwelche Kleinigkeiten, weil die Kleinigkeiten sind immer am schlimmsten zu finden. Those are the room keys and they're all present but one. Looks like he's the strong silent type. Hello. Okay then. Bob Olmsteen. What did you just say? Oh God, my spleen? You should have that checked out, stranger. Your spleen plays multiple important roles in your body. It's a filter for blood and part of your immune system. It also helps fight bacteria, especially the kind that causes pneumonia and meningitis. So I've heard. Okay. Thanks for the info. Oh, Cook's spleen supposed to taste real yummy. I don't mean the human kind, of course. I wouldn't know about that. Very interesting. Okay. What a great evening in Fishmouth, isn't it? Evening? Yeah, I suppose it is evening. I don't know what you find so great about it, though. You know, the salty sea-scented breeze, the smell of rotting fish, the distant thunder. Charming. Mr. Finman, I presume? That's me, yeah. Nice hotel you've got here. Nice. Ain't nothing nice about it. We don't do nice in Fishmouth. There anything I can do for you, stranger? I'd like a room, please. I'd love to help you out, sir. We's all completely booked up. Really? I only see one key missing on that wall behind you. Ain't you been snooping around? Got a bunch of pilgrims coming over for the festival soon. That one standing there is the first of the bunch. Booked the whole place they did. Don't bother wasting your breath on him. He ain't talking nothing. You ain't from Fishmouth, is you? I can smell it all over you while you come here. You're a direct man, aren't you, Mr. Finman? Yup, and I've been known to judge a man. use nosey and skinny too skinny. Also werden wir uns wahrscheinlich verkleiden müssen, vermute ich mal. Hmm. I try to eat right, Mr. Finman. Oh yeah, yeah, so do I. Sorry, must be this hunger I guts up in me. What is so funny about that? Oh, nothing. Fishmouth humor. You ain't got the stomach nothing you should know of. that's our business. We fish 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 folk is fish business. We got our own to look up to. Don't need you funny smelling outsiders telling us what to do and who to listen to. I might just hang around and check it out if it's happening soon. That's not to be advised, skinny. the order don't take kindly to strangers. The order? What order? Nah, never you mind that. Aw, come on, tell me. I'm here, might as well learn a thing or two about Fishmouth. The only thing you need to know about that there esoteric order is that they don't want you here. So you best be on your way. That's all I can tell you. Gut, dann haben wir ja eigentlich alles. Der hat irgendwas offen. Der muss echt mal dringend zum Psychologen, habe ich so das Gefühl. Ja, ich würde jetzt liebend gerne weitermachen, aber hier müssen wir jetzt erstmal einen kleinen Cut machen. Wir sind schon wieder fast an der halben Stunde dran. Kann ich ja eigentlich, Treppe kann ich noch anvisieren. Ich habe ja noch nicht ganz alles geguckt hier. Ja, eigentlich nur noch die Treppe. Ich vermute, beziehungsweise ich werde in der nächsten Folge auf jeden Fall mal versuchen, das Sandwich gegen die Milch zu tauschen, eventuell. Und ja, dann vielleicht den Kaffee in das Zeug von der Milch reinschütten. Ach, dann hat man ja auch Milchkaffee, stimmt. Das passt ja auch super. Da habe ich noch gar nicht drüber nachgedacht. Ich dachte eigentlich, ich müsste das ausschütten und dann den Kaffee reinmachen, aber das passt sogar ziemlich gut. Wofür wir das jetzt wieder brauchen könnten, eventuell weiß ich allerdings nicht, muss ich dazu sagen. Dann eventuell könnten wir ja noch die Zeitung stibitzen. Ich weiß es nicht. Also, dass wir die irgendwie eintauschen können, keine Ahnung. Da muss ich dann auf jeden Fall mal gucken in der nächsten Folge. Ansonsten fällt mir jetzt gerade aktuell nicht allzu viel ein, was wir dann noch machen können. Aber irgendwas, denke ich mir mal, wird sich immer finden. Vor allem haben wir jetzt mit allen gesprochen. Vielleicht eröffnet sich dadurch wieder irgendwas anderes. Ich bin auf jeden Fall schon sehr, sehr gespannt. Und ja, vielen Dank fürs Zuschauen. Lasst mir gerne ein Like da und einen Kommentar zur Unterstützung für diesen Channel. Und wenn ihr es noch nicht gemacht habt, abonniert mich auch gerne. und wir sehen uns dann im nächsten Video. Bis dann. Ciao. Vielen Dank für dein Like. Wenn du mehr davon sehen möchtest, dann darfst du mich auch gerne abonnieren. und dann darfst du mich dann Vielen Dank.